guten morgen meine lieben das bild ist natürlich jetzt blöd so schöne flüten vier stück nummer 5 und 6 in dem anmarsch dahinten nichts sie rennt alles gut ja wie sieht es hier aus 40 grad haben kriege man heute und die sonnenblume die wird wo ich die andere die wächst da noch da unten also dann haben wir gefühlte 50 sonnenblumen kerne gepflanzt und nur drei sonnenblumen gekommen subhanallah besser als nix kommen welche ich zuerst gekommen die das sieht mal laut aus die nehmen eine blüte so ja wir haben heute schlechte neuigkeiten erst mal die guten ist es vom wind kaputt gegangen nein alle häuser sind kaputt gegangen okay wir haben wind heute viel na ja die küken ja leute gestern abend wir haben soll ich sagen vorgestern abend waren alle küken da also die die wir jetzt ausgewildert haben du sitzt drauf leute leg schön deine eier klick schön die eier es sind hüten weggekommen von den kleinen also survivor ist nicht mehr da wir wissen nicht wo dann eisprinzessin ist weg und das allerschlimmste regt ihn nicht auf das allerschlimmste ist für mich becher ist auch weg wir haben gestern nacht überall abgesucht wir haben sie wieder eingefangen weil wir fangen die ein abends und ja tagsüber müssen die weggekommen sein die enten oder so die bleiben auch mal draußen und die gänse also die gehen hin und legen sehr gut aber vier küken also ich weiß jetzt nicht genau wer es sind auf jeden fall ist mir aufgefallen eisprinzessin survivor und becher haben das zeitliche gesegnet weil sie sind nicht da ich habe gestern nacht alles abgesucht ich war bei den enden bei den schafen musst du da frühstücken ihr kocht spaghetti sehr schön da freuen sich guck mal um da hat die sehen ja aus wie um da da ist mach mal bitte kein feuer jones zu weit wenn hier feuer ist es leer ach so ok genau wenn die sonne drauf scheint fängt an zu leuchten leute ich bin fix und alles guck immer noch hier habe ich irgendwas übersehen hier irgendwas ja gut ich habe ja gestern guck mal die giraf könnt ihr mir sagen wo eure euer brüderchen ist okay halbbruder und es war ja so toll humpeline die weiß ich mach nix die bleibt cool also immer viel spaß ja was willst du sagen vier wieder weg also ich glaube wir müssen jetzt definitiv was bauen dass wirklich hier so zu machen und fertig das bringt einfach nicht findet immer verluste haben ich brüte und brüte wie so ein depp und immer ist irgendwas also einmal ist ja auch mal jemand verschwunden und dann ist er hier dazwischen gewesen ich gehe mal von der anderen seite gucken das ist schon traurig besonders besser gut wir haben natürlich wieder nachschub ist klar ja aber trotzdem ich meine der war jetzt auch schon eine weile zwei monate alt oder so kicken nach hinten wenn der kommt dann bleibt das stehen hast gehört das ist der trick kommen wir hier hier ist kein hohen nix ach so da liegt da der schnucki so sieht es aus definitiv du hast durst komm ich mach dir geheiltig ja das macht mich sehr traurig war das dann richtig kaputt wenn man sagt immer sagt alhamdulillah ja hamdulillah natürlich aber nix aber normalerweise aber uns allen gehört der esel wenn du ein mann wirst darfst du ihn reiten guck wir haben auch kein wasser der muss wasser aufmachen hast gehört jetzt ist es war's nein ich habe das drinnen auch schon gemerkt wie das hat ein loch dann ok stopp bring mal das andere her du musst immer nach hinten austreten du weißt zeig mach mal genau so machen ja das brauche ich ja gut das kannst du vornehmen okay das darfst du vornehmen nimmst beide nimmt beides vor nicht dass es hier kaputt geht so dann wieso haben sie das genommen das ist doch das ist doch ein mülleimer gewesen nimmt es mit vor deshalb löcher wir gehen jetzt alle raus weil ich bin wir müssen raus wir müssen wasser holen das ist was wir machen ja kommt nix mehr leute so ist es nur in deutschland gibt es viel wasser da magst du recht haben das ist doch kein messer das ist eine sicher leute ihr merkt ich bin fix und fertig ich habe noch gehofft die haben sich irgendwo blöd versteckt und kommen dann raus aber zwei vier sechs sieben da fehlen doch auch wieder ach so acht nummer neun ist wo hinter der ballach ok 9 also die enden sind vollzählig ja die kleinen küken sind verschwunden vier stück besonders survivor tut mir leid weißt du wurde er fast von meinem mann erlöst und dann ist er wieder zurückgekommen und dann ist er hier verschwunden also leute sag es euch das müssen wir definitiv einzäumen das hat keinen sinn weißt du wir machen so ein zaun von hier von diesem ding da bis zum anfang bis darüber so tick und von hier dann rüber der zaun dann haben die die fläche und oben abgezäumt dann können die immer draußen bleiben dann bleibt die türe offen es bringt einfach nichts guck mal wir haben eine türe wir gehen mit der türe rein hast du karotten gebracht okay wir müssen sie den erdbollen da weg tun die tun immer ganz schmutzig schon wieder also die legt jetzt ihr viertes eiseste die zora oder die haben wir die brille nennen wir sie keine ahnung zora nee eigentlich auch nicht blöder name wir müssen wir überlegen jetzt gehen wir erstmal gucken wegen wasser guck mal hier haben wir noch ein bisschen kann man der buch sagt er da bauen zu geben du wirst ein koch gebe mal bitte die schere der hat die hat ja nichts zu suchen dass meine küchenschere das ist dann bei veranda schwitzt ihr nicht du bist knallrot ich gehe rein und sagt wir haben kein wasser kannst du mal zur oma gehen und fragen ob sie die küchen gesehen hat jetzt sind die da durchgehuscht zu ihr fragt sie mal ob sie sie gesehen hat ganz einfach fragen kostet nichts hier habe ich gestern jones geduscht hat er sich ausgezogen weil sich als ich gegossen habe habe ich hier auf der veranda geduscht okay weiter geht's ich habe heute endlich mal alle e-mails beantwortet ich habe nur noch vier es sind zwei betsy stories der story und zwei love stories die muss ich dann auch noch für euch fertig machen und dann habe ich alle e-mails auf zero also ja habe alles beantwortet in handelila bin ich happy ganz langsam ohne blitz da habe ich ja jetzt extra gemacht immer weg mausi nicht dass die sich erschrecken und jetzt müssen heute wieder zum feld mausi sagt sie pflanzen holen ein paar fliegen haben wir schon reingeschmissen die haben sie schön verknabbert die bewegen ja ja die schwimmen damit also es funktioniert will sie zurück in den käfig wie geht's gut kriegen gerade wieder karötchen wasser müssen wir auffüllen guck mal denen geht's gut hamdulillah guck mal ob ihr auch eier gelegt habt ja leute die haben sich wieder gestritten haben sich gegenseitig die häuser kaputt gemacht das war was jetzt müssen wir zum feld also der barber hat jetzt gesagt wenn wir und da was draußen bauen wollen wir hier an der wand leute wir haben wieder was neues gel und zwar dachte gratis werde wäscher ne das ist die giraffe ich habe dein haus gesehen hast wieder aufgebaut das ist ein indianer tipi ein haus leute wir haben uns entschieden wir suchen jetzt seit gefühlten wir sind fast ja seit im september sind drei jahre haben wir den koko und wir finden kein weibchen ich guck immer im olex jeden tag alle zwei tage ja was wir gefunden haben ist ein händler der der bringt die vögel dann nach kairo gibt die dort bei dem hennen anderen händler ab dann würde der koko nach kairo kommen und dort ein weibchen bekommen weil normal also die ägypter halten die vögel auch nicht einzeln auch immer zusammen damit die halt eier legen und ja das ding ist jetzt ich habe mich entschieden mit der mausie dass wir das annehmen weil das ist kein leben für ein papagei immer nur im käfig und dann noch nicht mal ein weibchen tut mir ja auch im herz weh deswegen haben wir gesagt okay dann lassen wir koko ziehen in eine neue zukunft weil wir können nicht nach kairo fliegen oder fahren und die händler sowieso kommen zurück und verlangen dann gleich was weiß ich wie viel geld mehr wenn wir überhaupt eine ein weibchen finden die sind nämlich relativ schnell weg in kairo wenn du auch einen anschreibst in kairo schon verkauft ist wenn aber das kannst du vergessen von dem her lassen wir den koko nach kairo ziehen guck mal hier ist auch eine schale hühnerschale und wir werden uns halsbandzittich holen wir haben und dann ein pärchen gleich dass sie nicht alleine sind und dann natürlich vorübergehend in einem großen käfig erst mal dann wollen wir hier an dieser wand die ganze wand voller käfig machen allerdings nur noch 80 zentimeter breite recht es geht nicht müssen wir schon mindestens ein meter das haben wir uns dann geeinigt ich bin ja schon froh dass er überhaupt die wand akzeptiert für mich und dann halt machen wir dann nevoliere bauen wir aus so käfig grad das ist der plan was jetzt kommt unerwartet aber kommt ist da und jetzt müssen wir erstmal den eimer suchen wo ist der der eimer der ist ein fenster oder tut mir leid den brauchen wir jetzt wir holen doch jetzt für die kaulquappen neues wasser und pflanzen manchmal dein fenster weg da aber ist schon beim berthin der holt klee und ihr ich hoffe du hast ein viertes ei gelegt nee die hockt da nur drauf also die legt nix was ist da los ich hab die heute morgen hier erwischt aber die hat nix kommt nix raus oder was ist denn los penny halte klapp es ist zu laut das einzige was ich dann halt wieder für bedenken habe bei der ganzen geschichte wenn wieder so eine vogelkrankheit er kommt wo tue ich die dann rein dann muss ich natürlich die im kauf nehmen die halsbandzittiche ja und der plan ist noch dass wir natürlich dann babys machen weil diese halsbandzittiche sind natürlich nicht zahm ganz selten dass ägypter mal ein tier zähmen ganz ganz selten dann und wenn sie zähmen zahlst zu 10.000 pfund mehr von dem her dann nehmen wir die babys zähmen die und würden dann die elterntiere wieder verkaufen so ist der plan ja weil wir brauchen ja keine unzahmen tiere die uns beißen die mausi wünscht sich das also von mir aus hätte ich jetzt nicht aber sie wünscht sich dass sie am liebsten traupapagei oder ein ara aber so viel geld haben wir nicht oder wollen wir nicht ausgeben dafür ihr zahn hat sie heute nacht verloren und handel auch heute morgen aufgewacht hat sind in der kosch gehabt und hat nur ausgespuckt das war's gut auch nicht schlecht ist laut jetzt hast du 15 pfund gestern waren es auch 13 klaus du klaus du der trick man kann man los hast ein fenster okay ja labina super die hühner klauen noch kein geld super na gut gehen wir eigentlich müssen jetzt mundschutz tragen so stimmt aber da ist jetzt keiner auf der straße brauchen wir nicht wir halten abstand mannacht ist ein nachtisch ein restaurant ein steinkuchen ja ja ich schmeckt ja gut aber mein zahn habe ich jetzt rausgerissen komm ja labina bayerisches model und der indianer boy das gejammer von der penny das gejammer von der penny kriegt man ja kopfschmerzen dann will sie sich noch ein papagei holen gesagt komm schreibt sie in die kommentare ja halt dann sieht ich nicht papagei ich habe auch eine papageienart guck mal höhe warum sind die so schwarz am rand ach das ist ja gut die sind jetzt dann verdorrt jetzt dauert nicht lang aber da kommen immer wieder neue schaut super was war das rülpst du das war ein hixer wunderschön wunderwunderschön und da was ist das ach so guck mal toll das ist dann nein das ist samen für uns das essen für unsere tiere guck der opa ganz in weiß mit einer blumen strauß so sieht er jones jetzt weiß ich woher die fliegen kommen schau mal dein zimmer wieso hast du die tür die die den balkon offen hausarrest der zimmer ist wohl eher so salamu alaikum doktor hausarrest der opa da freut sich einer balkon offen ja balkon offen balkon offen hausarrest der zimmer hausarrest der simmer hausarrest der compromise ja balkon offen balkon offen aber hee noch nicht das reif hat er schon geguckt stimmt er guckt in aber guck mal wie viele ist eine ich gebe sie ihm dies reich die ist gut morgen jetzt nicht essen jetzt die muss man ja waschen mischt jetzt habe ich sie einen tag vorher gerupft die mause hat gesagt noch nicht ja dann wenn sie noch einen tag dann lasst du die sammeln tut ihm auf dahinter nehmen wir für den koko kriegt der koko jetzt gucken wir mal ich mache meine hand zuvor hast du auch was deine schürze kann er kannst du die schürze von mund zeig mal wie sieht es aus schämst du dich hallo nur wenn ein nur wenn wir gucken machen warte mal sind leute haja sind leute aber der läuft wieder mit seinem mundschutz rum und schutz alles klar heißt dass die zuschauer sagen du bist die feine mit einem guten feinen lieben charakter und er ist zuständig für die action im video oder schauspieler der clown und jeder kriegt meinen mundschutz hört ihr die schafe die haben hunger aber das sind babys mausi hörst du maschallah die baby die baby hallo maschallah mabruck ich höre das sind baby rufe von schafen lämmer was will er sie zeigen hier guck mal das das nehmen wir mit dieses fressen sie gerne aber erst müssen sie jetzt die kölbe betätet mir die die kölbe betätet mir die die kölbe betätet mir die hallo 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 salamu aleykum die kölbe amelheger oder da da hat babies hin 5 baby welpen wir nehmen nichts mit und wir helfen nichts wir können nichts machen fern betatet die kälber ich komme mein mann schreit schon gehen nicht gehen nicht hin sagt mein mann wir gehen nicht hin nur gucken guck mal die kümmern sich gut und da haben sie war hat was die abjagten du hast mal brug amelia wie maschallallah maschallallah die die abjagten ja lade kala bühne wir gehen die hat mich angetatscht ich ihn schnell weg was den geschmissen ach wir holen es doch mal der wollte im futter geben noch mutter dank dass ich die welpen weg nehmen deswegen hat er mich jetzt gerade während dem video angerufen der wird jetzt richtig schreien ja super sie war bei jemanden der corona hat jetzt deswegen ich muss mich gleich umziehen wahrscheinlich glaube ich kann immer der weiß ganz genau dass es kalt quappen heißt aber das ist für ihn schwer auszusprechen und dann sagt immer klauplappen mach mut da ist der mann jetzt mach mut wenn du da rein fällst dann ist was los du das sind doch die gleichen die wir hier geholt haben aber kommen die sind viel größer als unsere die sind natürlich die zeit die fressen hier mehr siehst das guck mal wie viele dahinten ganz schwarz leute wie du siehst gar nicht guck mal dahinten siehst du dass der schwarze dings da wir wollen aber nicht so viele haben wir nehmen nur wasser habe die wenn du da rein fällst ich brauch den eimer halb voll mit wasser aber wir machen heute wasser wechsel und habe ich brauche nicht so viele dann sterben uns wieder alle weil das wasser überbevölkert ist viele guck mal wie die sich freut juni ist geweck zu deinem bruder oder okay die nehmen mehr nicht kommen die über die andere seite kommt darüber du musst weg gehen von dem jungen ganz wichtig und nicht immer ein zwei meter abstand halten okay der junge kann nichts dafür aber wir müssen halt auch aufpassen der weiß von nix die kröten du kommen wir mal her und kriege dann die krankheit wegen gegen dein haus habe ich gesagt wenn der junge ist wegen corona so maus ich muss noch wasser holen jetzt haben wir halt noch mehr kommst du mäuschen was ist hier los ja labina kommt die mutter kommt jetzt hinterher hilfe geht in die richtung hilfe i was thinking you call me because i go to the docks five so geht 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 ich gehe nicht diesen weg für eher henni ist es nass hier oder was ach was laufmäuschen mach nicht so rum komm von hier von hier rüber so jetzt sind wir da wenn wir das Wasser hier besitzen Allah ist die Hannafeya oder die Tromba i want rumba water but it's full less here minin shawgi has also i will not go and ask for tromba maya so mafiche nach alles okay maybe yes dann müssen wir die shawgi heute fragen also ist die frau weg guck mal schnell komm younis wir gehen mahmud you take care of him because i will go guck mal hier boy wir wollten nur Futter holen jetzt haben wir schon wieder Kaulquappen weißt du Mäuse wenn wir zu viele haben kippt das Wasser und dann sterben alle das wollen wir nicht ich habe wieder ein paar zurückgeschüttet dass du weißt wer kommt mit ja beeil dich komm dass wir schneller sind am Eingang renn renn die rennt auch ich kann immer das gibt's doch nicht renn Mausi du bist mir viel zu langsam schnell schnell nein die ist nicht vor uns komm ah sie ist vor uns warte auf mich schreit der nächste mich fix und fertig die ist hinterher gerannt ich kann immer Leute sind wir wir haben doch Paranoia haben wir jetzt kommt die nächste also Hand vor die Gosh Mäuselema also warte mal kann ich jetzt filmen oder nicht nicht so ganz oder bisschen ein bisschen ok ein bisschen naja gut wenigstens hier Mama muss noch wischen aber die haben heute geputzt ein Flugzeug ach ein Flugzeug sehr schön selber hat er das gemacht und was machst du schönes ein Schwein und ein Fisch ein Schwein und ein Fisch das wird er fressen der Dino ok hab ich dir ach so das hast du kein Loch gemacht ok alles klar schwein haram das war's jetzt mal wieder mit dem Video der erste Schrock ist überstanden Mama hat sich umgezogen die Mausi auch man muss ja vorsichtig sein habt ihr mich mal rennen sehen im Dorf sind wir gerannt wie die Hasen das war was jetzt tun wir als ich dir gesagt habe zeig mir das zeig mir das Foto vom Hund zeig mir das Foto vom Hund ja lief mir Lon ok also jetzt kann die Mama immer noch nicht wischen alles aufgepasst jetzt landet ein saures Dress alles aufgepasst alles aufgepasst Jonas die Mause die hat jetzt schon geduscht jetzt kannst du auch mal ein bisschen dich frisch machen ich mach gleich später weil die Mama macht jetzt Abendessen die warst du musst den Roboter aufladen damit er später nochmal mit einem Dinosaurier ok die haben heute hier geputzt das Regal ist jetzt wieder schick einigermaßen ne wieder aufgeräumt die Ecke kann man nicht zeigen da wurde das zeigen wir jetzt so ist es Habibi haben wir alles da rüber geschmissen das müssen wir noch machen jeden Tag ein bisschen aber ich komme jetzt trotzdem und wische hier den Boden was ist denn das jetzt hier ein Sonnenblumenkern ok hier ist kein Amelie gekommen ok hier war ein Ameisenloch genau hier da haben wir nämlich jetzt auch ein gutes Mittel das werden wir gleich wischen mit dem Mittel ich habe dreien Wasser getan alles klar gut Leute das war es wieder von uns ich wünsche euch was Mama macht jetzt hier weiter bisschen Pommes machen Baba kocht Eier wir essen heute Pommes mit Ketchup und das war es wir transportieren ok bis die Tage Mase Lämmer bye bye ich habe wartet der Dinosaurierfilm ist da der Dinosaurierfilm ok du auch ok da kriege ich ja Angst Albträume Mensch ok Leute das war es boy boy